Okay, ich hab das Schloss ein bisschen umgebaut und uns jetzt so einen kleinen Kräutergarten gemacht. Ja, na, hi. Hi, so. Hm, schade, dass der Weg so eckig aussieht. Ich wünschte, der würde sich so ein bisschen, ne, wie so ein, wie so ein Gartenweg, dass der so rundlich ist, aber geht leider nicht. Außenbereich. Vor allem, was ist denn mit Gras gemeint? Oh, nee. Okay. Jetzt will ich mal kurz gucken, wie das aussieht. Pflanzenfaser haben wir doch hier direkt. Dann will ich mal sehen, was ändert sich denn. Oh. Sieht besser aus, ne? Gibt's auch nur den einen Typ? Ach so. Jetzt können wir das nicht mehr machen. Das ist natürlich schade. Shit. Hätte ich mal vor allem machen sollen. Ah, egal. Ich mach hier das mal ein bisschen weiter. Und außerdem, glaub ich, nehm ich diesen Bereich auch schon mal ein. So. Halt. Das weg. Und das weg. Und den. Und den. Das ist bei Gelegenheit wollen wir machen. So. Top. Wow, 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 wow. Leck, 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 leck. Wie macht man denn nochmal diese Steinziegel? Äh, Stein in den Grinder. Gut. Weil, da brauchen wir nämlich ein bisschen Nachschub. Und Brader, ja, geht noch. Aber ich packe da auch mal wieder zwei Stacks rein. Damit wir wieder ein bisschen Aufhalde haben. Und dann mache ich hier mal. Ja, das hier baue ich auch noch aus. Einfach, weil ich gerade im Flow bin. Und ich gerade Bock habe, dir das Schloss ein bisschen abzugraden. Du es, du es. Okay, ich tu es. Und das hier auch noch weg. Da war gerade ein Hirsch bei uns im Schloss. Oh ne, da ist noch ein zweiter. Fuck, ein dritter auch noch. Alter. So, sehr gut. Oh, no. Klettverkackt. So. Dann bauen. Schloss. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Shit. Da ist noch ne... Noch ein Baum im Weg. So. Bauen. Warum geht Kampfding nicht weg? So. Dann Außenbereich zu Ende führen. Bis hier ran. Schick, schick. Und hier noch Schlossböden. Können wir nur noch drei bauen, weil wir keine Blutdessenzen mehr haben. Dann hole ich die mal eben. Ähm. Was macht ihr eigentlich gerade? Aper Farm. Ich bin noch auf... Unterwegs. Auf Tour. Ich bin noch Tourguide gerade. Raymond on Tour. Ja. Okay. Sehr gut. Ah. Können wir das Portal nur draußen bauen? Ich glaube, ja. Oh. Ups. Ähm. Eigentlich, du hast jetzt einen riesigen Bereich eingeschlossen extra. Ah, genau das habe ich gerade getan. Ja, das geht tatsächlich nicht. Wenn ich mal versuche... Watch, Rudi. Mach so. Kann ich das dann möglichst dicht ran? Nee, geht leider nicht. Na gut, dann muss das draußen bleiben. Grunde genommen. Oh, muss dann wohl draußen bleiben. Wir müssen leider draußen bleiben. Nur diese Hunde. 42er Bar. Safe. So. Das Blut ist ja noch reiner. Reiner. Oh nein. Reiner, kein Mund. Reiner, kein Mund. So. Run, 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 run. They're trying to catch you. Yeah. Is okay. Sieht ganz cool aus. Aber ich hab mir das natürlich anders vorgestellt. Ah, warte mal. Wenn es außen sein muss, können wir vielleicht trotzdem diese... ...benutzen? Nee. Können wir das also nicht hier drauf stellen. Doch, können wir. Sehr gut. Immerhin. Dann nehme ich mal die feineren. Und stellen das dann in die Mitte. Perfekt. Gott sei Dank. Also es ist jetzt natürlich nicht drinnen. Also vor Schatten sind wir jetzt nicht geschützt. Aber können wir ja leider auch nicht machen. Hä, was passiert denn, wenn ich jetzt jetzt zubaue? Wenn ich jetzt da einfach die Tür hinbaue? Kannst du vielleicht einfach nicht. Stimmt. Weil der Boden muss ja komplett aus innerem Boden bestehen. Dann, also selbst wenn ich jetzt die Mauer hier hinbaue, zählt das ja trotzdem als draußen. Weil der Boden ja nicht ein drinnen Boden ist, ne? Stimmt. Na gut. Aber sieht auch ganz cool aus so. Könnt ihr euch ja gleich mal angucken. Ja, jemand. Ja. Hörst du? Oh, Vampire is doing Vampire-Business. Safe. Business vor allem. Hier fehlt aber noch eine Tür. Bei Mauern. Eine Dienertür. Hat Raymond gesagt. Dann machen wir das auch. So. Gräfteste. Das ist doch ein würdiger, ein würdiges Lager. Ein würdiger Schlafplatz. War jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber für die Ästhetik. Oh nein. Das habe ich auf alles neben gedrückt. Mach ich mal so. So. Und so. Über ein K-Bow-Wollung geholt. Beste. Hervorragend. Das nehmen, das nehmen und das. Das mache ich zu Bradern. So. Taylor's Flooring. Das sparen wir nochmal 25%. Was denn? To study. Bring this book to study. Ja, das ist doch jetzt allerdings. Ja. Wir haben noch keine 40 Papier, oder? Doch. Ich guck mal. Wir haben im Lager schon. Nice. Ja doch. 46 Papier haben wir. Wir kommen jetzt auch wieder zurück. Okay. Wir brauchen nämlich. Wir brauchen einen neuen Raum für die. Aber das kann ich auch. Kann ich auch einfach. Gleich ein bisschen umsortieren. Hier. Papier. Raymond. Warte, warte, warte. Pack einfach bei Frau. Ja, warte, warte. Ich muss kurz hier die Scheiße reinpacken. Hab's auf den Boden geschmissen. Und ich hab hier noch Samen entdeckt. Oh. Ähm, da. Du hast nur noch Jameteku das Hai entdeckt. Was hab ich entdeckt? Jameteku das Hai. Was ist das denn? Das ist japanisch. Das heißt, hör auf. Aber bitte hör auf. Weißt du das? Lernst du japanisch? Anime oder wie? Das auch, ja. Aber tatsächlich ist das immer so aus Cringe-Anime oder Hentai. Ja, bitte hör auf. Stimmt, das kenne ich auch. Im Ressort kann ich halt dazu denken, wieso und warum. Du guckst doch kein Anime. Ja, du stellst schon sehr oft. Ja, tatsächlich. Also hin und wieder schon, aber ja, jetzt nicht ähm, wie ein typischer Anime-Fan das machen würde. Da ähm, bin ich dann doch raus, tatsächlich. So. Sehr, sehr schick. Hiddelsteine. Ähm, so. Wollen wir eigentlich nur gedacht, da waren die Knochen. Staub. Wo war Staub nochmal hier? Da, wo Janus ist? In mir? Ja, in der Nähe. Hier. Äh. Ah, da. Genau da, wo ich nicht dran geguckt hab. Schön. Äh, ist doch immer so. Äh, so. Das. Fälle und Leather. Zack. Und Blue Descens. Sehr gut. Dann hab ich jetzt noch Holz und Stein und das, ähm, verarbeite ich mal wieder, ne? Damit wir da ein bisschen... Jo. Ach, wir haben ja noch ordentlich Bretter auf Halde. Oh, fuck. Ich hab kein Blut mehr. Oh, nein. Ich friss einfach ein paar Herzen. Oh, oh. Rommel, 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 nom. Diese Essgeräusche sagen auch. Rom, nom, nom. Ja. Rommel, nom, nom. Ich lage, jam, 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 jam. Entschuldigung, ich habe gerade gesagt. Nom, nom, nom. Brauchen wir noch das Paper eigentlich? Sonst suche ich das hier einfach rein. Papier rein, ja. Papier rein. Ja. Äh, wo haben wir, wo haben wir? Shit. Äh, Wetzsteine? Oh. Ja, ist das... So ging es mir auch. Eine eigene Truhe. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ja, das meinte Ray mit letztes Mal, dass wir das machen wollen. Boah, Junge, das ist mächtig. Das ist mächtig, Junge. Das ist geil. Was denn? Das ist das Beste. Anspruch um einen, ne? Achso, ja. Ich bin ganz links. Gut. Wenn man nach Norden guckt, ganz links. Hm. Was bleibt denn noch? Wenn man nach Norden guckt, ganz links. Also das ist da einer. Paul, draußen liegen noch mal zwei Seeds. Ich weiß jetzt nicht, welches welches ist. Ja, mach ich gleich. Ähm, kannst du aber ansonsten noch an der Textur erkennen. Aber, äh, ich kann es auch machen. Ja, mir egal. Ich nehme einfach den. Ist mir Wayne. Okay, ich nehme ich den. Voll dekadent. Ja, Mann. Und die DIN Aserge können wir dann hier hin bauen. So links und rechts. Hm. Und ich habe auch den Portalraum umgebaut. Oh, das Papier. Also, es zieht mir mal rein. Das ist aber, das täuscht, das ist trotzdem draußen hier, weil die kann man nur draußen bauen. Ach, chillig. Aber trotzdem, geil. Rügt halt nicht so. Ja. Vorhalle. Rügt mir auch sofort an. Und hier ist der Kräutergarten. Ach, nice. Mit Weg. Ich habe den O-The-Way. Es gibt schon so einen Zorn, den man bauen kann. Es sieht dann richtig aus wie so ein Garten. Ach, geil. Sehr gut. Baumwolle. Schick, schick. Finde ich auch. So, und jetzt müssen wir noch ein... Bist du sicher, dass das Baumwolle ist, oder ist das... Na. Weil es aussieht wie Weed. Stimmt. Aber ich finde, sie sieht aus wie Ahorn. Aber wir... Sie sieht Baumwolle aus wie Ahorn. Ich stehe keinen Sorgen, wir haben ganz klug. Und Peter jetzt. Sehr gut. Die sich einfach hier in so einem Vampir-Spiel-Joints drehen. Wie ist das Scheiß? Übers Off-Lore. Hä, warum leuchtet das weiß? Keine Ahnung, was das gerade war. Ich glaube, das war Wagi. Nein, nein, weil ich es umgesetzt habe. Ich musste nämlich die... Äh... Die hier irgendwie rüberpacken. Dann würde ich den Raum nämlich nochmal... Wir haben jetzt den passenden Untergrund für die... Für die Schneiderei hier. Ah, verstehe. Deswegen müssen wir nochmal einen kleinen Extra-Raum... Wir müssen einen kleinen Extra-Raum machen mit diesem Boden. Machen wir doch parallel zu dem Schmiede. Ja, wir sparen dann halt extrem viel Baumwolle und so. Machen wir doch auch so ein 2x2 Feld wie diese Schmiede hier, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen größer als 2x2. Ah, okay, dann... 2x3, also was ist hier? Was kostet der Boden überhaupt? Was kostet der Boden überhaupt? Alchemie... Workshop... Castle... Forge... Das ist für mich schon ein Workshop, ne? Ne. Ach, wir müssen es erst lernen an der Study. Deswegen habe ich die gebaut. Ja. Hier einmal ganz kurz das Buch aktivieren. Ich mache mal hinten die Tür weg. Ne? Würde ich sagen. Das habe ich gerade alles zum Bauen weggepackt. Na gut. Okay, wir haben blau oder wir haben rot. Blau? Obwohl, warte mal. Äh, grün oder rot. Entschuldigung. Achso, dann rot. Weil grün passt irgendwie nicht so zu den anderen Stoffsachen. Vorsichtig, ich mache mal kurz hier, dass draußen ist. Ah gut, ist ja Nacht. So. Das hätte ich allerdings auch gesagt. Shit, den können wir nicht abreißen. Ah, wir können ihn aber setzen, glaube ich. Aber welchen... Genau, einfach einmal umsetzen. Achso, du hast den noch nicht erforscht, hast du gesagt, ne? Den Stoffbogen. Ich habe... Doch, du musst unten an den Dingens gehen, dann kannst du den sehen. Vorsichtig? Du musst ihn selber erforschen, einmal rechts. Das große, das große. Wir sind mittlerweile bei dem hier. Ja, hier sind trotzdem Sachen zum Lernen. Die habe ich alle noch nicht gelernt. Achso, okay. So. Ach, ich bin Kerzenhalter. Ja, noch nicht. Studierzimmer, Alter. Wie dekadent. So. Gut. Soll ich bauen? Darf ich bauen? Ja, warte, dann schmeißt du den Scheiß einmal ab. Den du dafür brauchst. Den Dunk. Den Dunk. Den Dunk. Den Junker Jörg. So, oder? Das reicht, glaube ich. Nice. Hier sowieso kleines Worlds drauf. Warte mal. Wenn wir den so machen. Warte mal, reicht das schon? Nee, das muss einen eigenen Raum haben. Ja, mach ich gleich. Das muss einen eigenen Raum haben, ne? Also muss ich auch noch. Ja, ja, ja. Das ist dann nur so knapp mit dem Castle Hart hier. Stimmt. Ja, dass wir das nicht umsetzen können, ist ein bisschen schade. Aber doch, das können wir umsetzen. Ja, dafür müssen wir aber alle... Aber so den Platz drumherum frei. Ja, aber das kannst du nicht abreißen. Nein, nein, wo du hinsetzt brauchst du Platz. Nein, abreißen nicht, aber du kannst es umsetzen. Die Böden drumherum kannst du nicht abreißen. Weil die schon damit connected sind. Da steht, kann nicht abgebaut werden, während die Böden verbunden sind. Und du kannst hier zum Beispiel diesen Boden nicht abreißen. Paul, du kannst es umsetzen. Okay, dann mach mal. Da. Hä? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja. Warte mal, wenn das so ist, dann lass es das doch direkt mal machen. Oder? Ja, ich wollte es dir auch nur sagen, weil du bist doch hier gerade am Bauen. Du kannst es umsetzen, wohin du willst. Ja, dann mach ich das. Dann mach ich das. Und zwar hier hinter. Ach, scheiße. Unsere Sägemühlen verlieren gerade... Wir haben gerade die ganzen Boni verloren. Wir büßen gerade Mats ein. Achso, weil es kein Raum mehr ist, ne? Ja, weil es kein Raum mehr ist. Okay. Mal hart, mal Sol. Beheil ich mich mal. Wie hast du das da gemacht? Stopp die Maschinen. Oh mein Gott, es ist ja nur Holz, es ist ja nur Holz. Nein, nein. Wenn es. Mach nur die Bögen, damit wir da nichts Nerviges im Weg haben. Du hast doch gesagt, es muss ein eigener Raum sein, oder? Ja, ja, aber das zählt als Raum, wenn du Bögen machst. Also leere Türbögen. Das ist eine Abtrennung. Ja. Achso, das hier zählt nicht, weil hier fehlt was zwischen. Hier fehlt was zwischen. Da ist kein Bogen oben. Habe ich nicht gebaut, ja. Stimmt. Achso, weil das Studierzimmer im Weg ist. Und da ist Toni im Weg. Kannst du immer beiseite ziehen? Warte, ich zieh ihn weg. Oder du. Ja, wie auch immer. Hier, kannst du warm bei den Öfen, weißt du. Warm auch, das ist doch ein Vampir. Da brauchst du mich warm. So, jetzt ist ein eigener Raum. Eigener Raum. Nice, jetzt können wir die Baumwolle reinpacken und sparen. So viel Baumwolle. Affüchse. Perfekt. Und auch für das Rüstung herstellen, sparen wir ja auch ein Viertel. Das ist halt insane. Die neun Wochen bei Roller. Haha. Haha.